Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 auf der Felsbrunn. Heute am Freitag, Wochenende steht vor der Tür, morgen wieder zwei Folgen am Samstag und Sonntag natürlich auch. Ich hoffe, dass wir etwas schaffen. Und ich hoffe, dass wir heute mit den Maishäxeln fertig wären. Sascha hat man jetzt hier abgebunkert, den können wir erstmal stehen lassen. Schau mal, der Rest müsste fast reinpassen. Unser Flug ist ja auch noch gut dabei. Ja, in zwei Ladungen werden wir noch holen können. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal aufschieben müssen. Oder mal versuchen, auf Silo draufzufahren. Und da vielleicht alles reinkriegen. Wohl eins, zwei. Mehr wie drei Ladungen werden es sowieso nicht. Also sollten wir das Eis häxeln und vielleicht zwar das Silo abdecken, heute auf alle Fälle fertig kriegen. Achso, abdecken mit Sicherheit nicht. Ich denke mal, wir werden eine ganze Folge drauf rumfahren können, bis es verdichtet ist. Wenn wir auf dem PC spielen würden, könnten wir mit Cosplay das Ganze verdichten lassen. Geht mit Hilfe, Konsole nicht. Also müssen wir es selber machen. Und da können wir die Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wohl drei werden es mindestens noch Untertitelung des ZDF, 2020 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 22 ernten 16 mit sicherheit nicht was ist das was auf 22 eigentlich müsste man die mission annehmen wenn man nicht viel zu tun mit abfahren und nichts mehr raus sonst hätte er nicht gewendet ja man muss erstmal gucken ob man die mission annehmen fahrzeuge frei haben wir ja überhaupt nicht mit unserer treasure wäre dann frei weil unsere felder sind noch nicht so weit denn so wie man das hier aussieht am hof ist das da müsste die wachstumsstufe sein nicht nicht also ein mini streifen wird wieder übrig bleiben ja unsere haferfelder ist dritte wachstumsstufe oder letzte wachstumsstufe nicht dritte vierte könnten wir uns überlegen bodenbeschaffenheit muss gekalkt werden ach so geflügt hat mir so rum angezeigt ok ok Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Reihe bleibt stehen Und zwei Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kriegt ihr noch alles rein in unser Treasure? Müsste auf der letzten Bahn sein Kaffeelelelelelelelelelel ich dachte wir kommen hier hoch Elfobri hat die Arbeit erfolgreich beendet das ist unser Treasure da weiß ich nicht ob wir uns da Liebeschild sparen können wird fast denken ja ein bisschen ordentlich aufschütten das ist ein bisschen Wird ich fast meinen, sollten wir ohne Schiebeschild auskommen. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Das sieht doch schon mal aus. Das letzte bisschen noch abhäckseln. Das sieht doch schon mal aus. Das sieht doch schon mal aus. Das hier kommt nicht rum von den zwei Reihen. Aber das ist dann mal so. Ich weiß nicht, ob wir uns eine Silo Walze holen sollen. Das ist der Häcksler. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist der Häcksler. Das ist der Häcksler. Wir werden uns auch morgen am Samstag beschäftigen können, das zu verdichten. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Also vielen Dank für das Einschalten. Dann bis morgen. Bis dahin und tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.